Hey, vielen Dank für das Vertrauen. Ich möchte es an dieser Stelle missbrauchen für ein paar Tiergedichte. Es war einmal ein Lachs, dem schickte man ein Fax. Doch hat er es nie bekommen, die Schrift war ganz verschwommen. Es war einmal ein Pelikan, der saß bei mir am Tisch. Ich sah ihn angeekelt an und sprach, du stinkst nach Fisch. Für das Letzte bräuchte ich einmal kurz eure Mithilfe. Es war einmal ein Schwein, das war nicht gern. Drum nahm es sich zur Frau, eine richtig geile. Sehr gut, habt ihr gut gemacht. Brauchte ihn nicht schämen, man darf schon das Wort Sau sagen. Das ist völlig in Ordnung. Ja genau, jetzt wo wir diesen Teil einmal hinter uns gebracht hätten, ich muss das aus versicherungstechnischen Gründen machen, möchte ich ein weiteres Gedicht aus meinem Album vortragen. Und das möchte ich einem gewissen Typen widmen. Oder das wurde inspiriert von einem schlarken Menschen, von dem ich glaube, dass es ihn in jeder Stadt, in jedem Dorf, in jeder Kneipe gibt. Und das ist diese Person, wenn man die Bar betritt, dann sitzt sie schon vorne, da wo gezapft wird. Und wenn man den Laden verlässt, dann sitzt diese Person einfach immer noch da. Ja, und wichtig ist bei diesem Gedicht, dass ihr es euch vorstellt wie ein Getränk. Und das beginnt dann eben oben mit der Schaumkrone oder was man halt so trinkt. Aber es endet vor allen Dingen das Gedicht unten mit dem Spuckschluck. Oder wie man in manchen Gegenden auch sagt, was sagt man hier? Uwe. Auf genau diesen Namen hört das folgende Gedicht Uwe und geht so. Zwischen schummrigen Lichtern und Spiegeln in Holz, an den Stühlen vor der Spüle, in der Wiege des Volkes, wenn inmitten des Treibens, den der Abend erlebt, beim Trinken am Tresen manche Jahre vergehen. Bei Williams Christ und Moskowskaya, Johnny Walker, Fernet Branka sitzt unauffällig gleichzeitig ein Meister der Gescheiten und doch meist scheinbar gescheitert ein Geist in dieser Kneipe. Ein Urgestein, trinkfest an die Theke gelehnt, in Gedanken vertieft, die das Leben erzählt. Sein Brabbeln ist rar, sein Bierdeckel stolz, sein müdes Bestellen, ein Klopfen auf Holz. Er hat es längst aufgegeben, achtsam zu sein und vertraut nur seinem Klassiker. Psst, mach's mir noch ein. Er singt so sehr in sich selbst, dass ich mich frag, ob er jemals jemand anderes war, bevor er hier saß, als der Mann an der Bar. Und weiter frage ich mich sinnfrei beim Anblick dieses Geists, was ihn wohl hier hintreibt und wer das wirklich weiß. Was vielleicht mit Kindern sei, Familie oder Freundeskreis, große Karriere, Einheitsbrei, Literatur, Nobelpreis. Ich meine, was ist deine Geschichte, lieber Mann an der Bar? Schreibst du auch Gedichte? Kommst du auch nicht klar? Lukas vermutet, du seist ein Geschichtslehrer in Rente. Jasper meint, du seist ein Handelsreisender mit Ente. Malte meint, ehemaliger Fußballstar, der sein ganzes Geld verzockt hat. Ich denke, gescheiterter Autor, unnahbar, weil du es zu schnell verbockt hast. Lebst du von der Stütze der Theke, Gehaltsreste im Sprit ertrunken, Ideale, gleichmütig, am Grunde des Glases versunken. Ja, ja, Gedanken über Gedanken, über Gedanken, über dich. Doch eines Tages, irgendwann, da fasse ich all meinen Mut zusammen, trinke so viel ich will und kann, bin hackedicht und spreche dich an. Ich drehe mich zu dir um und dann frage ich etwas dumm, zugegeben Rüde, dilettantisch, viel zu früh per Du, doch du hörst mir ja scheinbar eh nicht zu. Drum rufe ich, ey du, was machst du eigentlich hier? Da drehst du dich um und sagst, eindring dich zu mir. Hä? Du zerbrichst dir den Kopf über mein Leben, statt mal selbst voranzukommen, nicht so viel zu reden? Mann ehrlich, was faselst du so? Legst hier Pathos in meine Geschichte und kriegst doch selbst den Arsch nicht hoch. Du findest also, ich sehe traurig und verkommen aus. Du versuchst doch nur ein melancholisches Bild billig zu komprimieren. Und ich sehe beklommen aus, weil es dir gelingt, dein schlechtes Gewissen in mich hinein zu projizieren. Also, mal ehrlich, wieso sorgst du dich um mich? Junge, komm mal klar, kümmer dich um dich. Ich gebe zu. Es braucht Güte und Respekt, um empathisch zu sein und manchmal ist jemand vielleicht auch einfach gern allein. Nichts für ungut, lass stecken, gar nicht für, nehm mich ruhig in die Pflicht, aber jetzt gönn mir auch die Kür. Denn mein nun fälliger Applaus in Form eines Magengeschwürs schwingt sich hinaus mit deiner Wahrheit zur Tür und erbricht sich vor deinem alten Haus, kotzt all deine weisen Worte wieder aus und verhallt schon bald, verwundet, doch selig. Auf dich, Uwe. Unten wird's eklig. Zum Wohl. 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 Vielen Dank.